ALP ist eine Methode, 100 Jahre lang den Kulturraum der Alpen gemeinsam zu reflektieren. Eine Woche lang besuchen und untersuchen 5 bis 7 Teilnehmer einen Ort in den Alpen. Während dieser Zeit entstehen Ideen, Texte, Fotografien, Musik, Bilder. Diesen geistigen Rohstoff verarbeiten wir schon vor Ort. Interessierte verarbeiten die Inhalte dann weiter. Und am Schluss laden wir alle Ergebnisse zum Austausch auf alpgang.net. Untertitelung des ZDF für funk, 2017